In der Kenia kann ich eine Sünderschilde und übernächste Sünder, wo ich eigentlich kann. Dankeschön für die Leiter und Leiter. Wir Säuerposten, die Leiter. Kommt zu der Well. Kommt, träg in den Baum. Wenn es Teil mehr von der ist, kommt, träg. Von der wird Jesus verungen genommen und von der wird noch nicht, lass einfach kommen. Kommt, träg, nur den Baum. Fehler von uns, wie hart hat alles geschmeckt und wie weit? Einmal feil, wenn es wieder auf. Aber was ihr interessantes denkt, ist, dass meistens ein Wöffelschritt, wie von dem Baum wachgegangen sind. Zum Träg, dass es bloß ein Schritt. Das war wieder nachher gekommen. Die Sünder von der Not. Und wirklich haftet nach weiter mit der Not, der und der von der, ab zwar statt nicht so zu sein, betäunen war, dass gut ist, gerade mit der Not, der und der Hafe. Aber wirklich, die Gäude nur recht, der Hafe alle mit Genote daunen, nicht? Die Vers, was die anderen alle lesen, da hat man den Heimel lesen. Das, wo die Botschaft rutscht, kommt, den Grote Poet. Herr, bring uns doch, was er trägt, nur die. Dort, wir können abgerecht sein. Merkens Leben war das das Erste Ammer. Was meint er mit dem Erste Ammer? Weil das Vers redet die Jüde. Die Jüde werden, in Verfolgung, die werden, die möchte träg kommen. Die möchte träg nach Jerusalem und die möchte, das war also wie das Erste Ammer. Dass sie friedlich haben, ihre Gäste lebten, dass sie da, wo die Erde. Was ammer sie da haben, nicht? Einmal, ja, dann sind wir so da. Wann war das so wie das Erste Ammer? Na ja, aber dann hatten wir nicht vor uns und so wieder. Oba, dass es nicht kriegt, dass wir ein großes Tod machen, wenn wir reden von Erste Ammer. Oba, weil wir uns eine Beziehung mit Jesus, dort sind alle andere Beziehungen auch gesendet, die wir abbrechen haben wollen. Wenn wir abhören, mit dem Gehangen, was wir eine Beziehung haben, zu verteilen, wenn wir uns nicht mehr trafen mit denen, dann ab einmal hört diese Beziehung ab. Diese Relationship, die hört bloß ab, wenn wir die nicht abbrechen haben. Das braucht eine Anstrengung, das braucht Verkaufen, das braucht Spazieren, das braucht uns unterhauen von unseren Arten und unseren Schwierigkeiten und so wieder. Kriegst du es mit Jesus auch? Entweder wir waren so dichter bei Jesus, oder wir kommen wieder auf. Wir stehen nicht still. Das ist nicht, wir nehmen Jesus an, nicht fertig. Nicht alles, wie wir von selbst fahren. Und heute wird warmer oder kalder, jeder Tag. Das ist nicht mehr so warm und fear for God. Aber was dann, wenn es dort wie kommt? Wie streicheln alle, wir haben alle Versuchungen. Manchmal sind wir hoch, manchmal sind wir leer. Manchmal haben wir die, wo wir uns sagen, sie sind noch ein Christ. Wo geht Gott mit mir? Sagt Gott mich nach dem Kind Gottes? Nimmt er mich nach dem Kind an? Aber ich glaube nur, dass Gott ist gnädig. Wie streicheln, wenn wir Weichkunde von Gott. Dann streicheln wir, wenn wir mautlos waren. Und dann weiß ich nicht, was nicht. Die Verlorener sehen, die hat so schön geschehen. Als der Weichkunde in der geschehen Gunde hast, ich denke, wir lernen hier im Schwierigkeiten. Und er schlug einen Säck. Und er sagt, guck mal, ich kann aber halt ein Fuder. Der hat auch besser. Wenn wir den Feilen noch abgeben, wenn wir mautlos feilen, wenn wir so denken, wir sind wachgekommen, was wird Gott nicht getan, was wird er da, er sagt bloß, komm, träg, ich leue nur die. Wir können beten, Grax ist das Fahre, sagt, Herr, bring uns doch, war er träg, nur die, dass wir keine abgerecht sind. Das ist unser Timer, eigentlich, von der Ausmarsch. Was hält unsere Freude, träg, in unserem Christenleben? So, wenn du an dieser Zeit schoen, übelst du dir, dass du gut erreichst. Aber diese type Freude, in unserem Christenleben? Was hält dich träg? So, wenn du an etwas zwischengekommen bist, nicht? Vielleicht bist du nie ein Christ, vielleicht hast du vier Jahre für Jesus gelebt. Aber ab einmal hast du das Leben mit Jesus geschmacklich geworden. Die Klieg hast du nicht mehr so schmack. Das ist nicht so bleib, der Himmel und so wieder. Dann ab einmal wundern wir, wo hast du das nie? Wir feilen uns nicht mehr so Noten zu Jesus. Wo kommen wir, war er träg? Weil ich das ja fehl Ursache, wo wir trägvolle, daunen waren, wir daunen. Wo wir nicht mehr so dicht bei Gott waren, daunen ist, daunen. Und wenn wir an ein Päuteres denken, die Geschichte wird hier nicht ganz ever gehen, und noch nicht lese, aber das Läschen, die Tüß, wähle ich noch von Markus, Kapitel 4, 27, bei 72. Das ist leicht überhaule, wenn eine 27 ist, das ist ein bisschen verarschen, dann sind sie in der 72, und das ist Kapitel 4, dort, wo Päuteres sich ein Strachler anfangen hat, in Fall 27, in der 72. Und dort passiert die Nacht. Und dort waren, in der Zeit, wo Päuteres der Strachler hat, dort fangen wir besonders feierbischspelz, was uns von Jesus weichbringe daunen. Päuteres, in der Jäger wäre, in der Böwaschgestode, die hatte das Austerlame gejät, sie hatte Scheinankers gejät, und hat ein Schein gegonnen, und hatte sich unter Haulungen gehad, aber so warst du eine amackelige Frau in der Nähe. Jesus, sie hat eine von Jün, wort mich verroden. Jeder einer, wie ich schockt. Sie hatte drei Jahre mit Jesus gewandelt, und sie hat ein Schein gegonnen, und sie hatte sich an sich geblatet, verschiedene Dinge, aber Jesus hat nicht immer weiter traurig gelegt, und sie kannte sich als hemmlich gaut. Sie wüsste all, wer sie wäre. Ob er ein Verroder? Nein, das kann ich sagen. Frau, alle, sie, auch dort, Päuteres sagt, dem weichser Gott, Jesus, auch die Verlohde, never. Ich sehe, wirklich, mit den Tippen, da unten anzugehen. Kratzen, dann wird die andere, alle dann, auch, wo wir fast stehen. Weil ich dort eine Ursache gewinnt, wie manchmal Strachler. Dort ist manchmal die Ursache, wenn wir trägvoll, wie sei, oder wie hat ein Hüter Vertriebe ab uns selbst. Nicht ein Hüter Vertriebe ab Jesus, aber ab uns selbst. Wir fangen an zu denken, ich kann das. Ich sehe stark, ich fall nicht. So, was es jahne, so wird mir never passiert, so wird mir nie nicht sein, wirklich nicht. Keiner von uns ist im Seel so stark, dass er nie nicht sind, ich eröffne. Vielleicht nicht unbedingt kriegt er dort, was jahne, da, vielleicht sind was nicht so schlimm, vielleicht sind was schlimmer ist, aber keiner ist in sich selbst stark genug, dass er nicht fällt. Jeremia sagt, es ist dort in Kapitel 17 in Verschneien. Wer kann das verstehen, dass Menschen so hängeregig und verdorben sind? Und wann ich sage, Menschen, das meint er mir in die. Wie hat alle unsere Art entsteht, wo wir verstehen, hängeregig zu sein, wo wir verdorben sind, wo unsere Gedanken wohnen, wo wir nicht wohnen sollen? Wie lehre ans Salz viel mehr als andere verliehend. Nachher sage ich noch mal, ich kann bloß nicht verstehen, wo ich siehe, 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 wo ich siehe. Noch viel weniger kann ich verstehen, wo in der Andere ist, dass siehe. Aber wir sollen nie nicht sagen, es wird mir nie passieren, es wird mir nie passieren, weil die 1. Korinther Vers 12 sagt, wer meint, er steht fast, soll abpassen, dass er nicht fällt. Wenn uns auf dem Traum sitzt, dann schafft das nicht. Dann seid wir auf dem seier gläht er barren. Dann kann wir seier host nicht, wo wir nicht haben. Das ist eine Fall. Sprich, ich sage es, es ist das, wer stolz ist, der hat eine Grund. Und ein hochnäsig Sänen kommt vor dem Vollen. Er sagt, vor wie Vollen, so war wie hochnäsig. Es haben Reden von der Drehung in den Näs Sänen. So das hat mit das zu tun, mit hochnäsig Sänen. Der andere steht, wird sei stolz, oder hochmätig, oder prideful, whatever. Aber wenn ich hochmätig bin, wenn ich mich groß habe, wenn ich auf dem Tron sitze, ich so und so, dann dürfen wir uns über Gott erheben. Und dann wollen wir rutschen. Wenn die Bibel sagt, Gott ist Jänen, der wird sich erheben. Aber er wird die mit Sänen. Die ist gnädig. So das ist wichtig, dass wir nicht tunhut vertriebe auf den Sänen saaten. Paul sagt, er kann alles an Christus. Der ist Christus. Dort haben wir auch. So ein Trouble, wenn wir trägvoller sind, taffelt Vertriebe ab an Sänen. Noch ein Fall war der Trouble, den trägvoller, dass es viel hat. Das ist nicht viel, nicht? Peitres wir auch nicht viel. Aber wir haben den ja viel. Die war gut engagiert. Aber diese Nacht können sich in die über euch auf Paul. He schleibt immer weiter an. Peitres hat alle gehört, was passiert war beim Onkers Ete. Und von Onkers Ete, wo sie beten, hat Jesus an allen. Lange lassen gegevt. Er hat mehrere Lassen gegevt. Wenn wir Johannes lesen, sind ein paar Kapitel wo Jesus an die ganze Strecke lassen es geben. Aber wenn wir schleibrig war über den Bibel lesen in Bede in ähnliche Dinge, wie sagt ich habe bloß nicht Tiet ich sie bloß zu meid ich feil von dem bloß nicht du noch. Wenn du zu start hast, dann hast das Warnung an. Dann geht das Warnungslicht an. An dein Dashboard. Und der antwort du hast nicht Tiet von dem nicht. Ich sage nicht dass ich noch mal da können sein ergeben aber in the long run. Wie sei was Peitres mich wenn ich bräuchte von dem ich habe ein Schwore denkt für mich ich soll hier beten und ich will da beten gehen. Das wird nach wo Jesus wird fast genommen. Dann heißt die drei die stehen in Taub und die beten für mich und stolz die hier mal. Und Jesus geht in Bet und alle treten treten alle drei. Er wagt dann ab und in Heimel beten die Schlupe. Dann sagt Jesus in Fall 7 da ist Markus 14 und er treten schleppen die Jäger und er sagt Petrus Simon schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde werken? Das ist weit wie Jesus dachten was Petrus gedacht hat. Was hat Petrus gesagt? gesagt. Axi reit mit ihm däute gön. Hier schläft er an wir noch nicht gestohlen an. Wenn wir schlepperig war im Gäsel in Leben dann stuhl wir vor für die Versuchungen zu fallen. Die Versuchungen wollen kommen. Bewusst die Kraft gehen die Versuchungen zu stöhnen. Nicht wenn wir schloppen. So das anstrengende das reichte zu daunen ist das reichte. Wenn daunen ans lebe da brägt energy da brägt anstrengende da brägt viel Ausdauer Däuchhäule Steifermägen einfach dort für mich stöhnen zu blieben fast zu stöhnen. Wenn wir ständig versichert reichte daunen dann wo wir mit emotional körperlich geistlich in jeder Gebiet von ans Leben wo wir mit und wenn wir nicht ans charge daunen nicht frisch abcharge daunen dann go we kaputt und dann hab ich nicht mehr Kraft in die Versuch zu stöhnen so wenn wir sind dann brägt wie Bibel gelesen dann brägt wie Jebet dann brägt wie Gemeinschaft mit anderen Gläubigen dann brägt wie Gauden und Erholungen und dann brägt wie diese Beziehung mit Jesus und mit anderen Gläubigen Jesus sagt in Matthäus 20 Versch Geist ist wahrlich aber das Fleisch ist schwach und das liegt weit wie alle was das meint die Geist ist wahrlich an uns das war erst du aber das wirklich mal daunen na ach von der meid ich hab von der so schaff und so wieder nicht so nicht viel worden ans jesse lebe drittens angst an was oft gewesen war an was reject worden menschen was die denken von uns so viel von uns was was die denken von mir wie angst die lachen über uns die wir uns verachten wir spüren merken wir haben sie wieder wir leben seine angst ist dort das wird peit ist da nur dem Jesus fast genommen wir ja er hat geschlupen er hat nicht gebeten und was ging fair mark ist fast viert heftig aber peit riss kein weit hinger an ganz an dem hohen priester sind hoff dort hätt sich so wo Jesus in sie stehen und hat sein schwert anfangen da der jüngste hakt in einem das uhr auf aber hier ab einmal bleibe weit auf hier kommt weit auf hinger an keiner soll das meinte hat wir dort mit Jesus da bin da und da wir ganz weich wo wir haben versägt wie auch Jesus zu fallen von weit auf ja gleich Jesus aber das sind da und wenn die andere Menschen das nicht weite nicht ich mochte nicht dass die anderen alle an wollen wenn die wirklich interess sind da war die andere an was hat mir bekehrt ich noch keinem gesagt Jesus gegeben na wo hat ich das her das bleibt nicht stahl und das wird eine Christen verfallung geben in unser Ambient und die wird fast genommen worden wird er nicht proof sein dass die wird fast heulen wenn die Christ wäre oder würde ein Zeige sein wenn die Christ wäre oder würde sie die matthagone lohten wenn er nicht proof der wäre bloß aus ne Frau oder kann mich ein tegen wenn wir wachvoll von Christus dort waren wir uns anfangen zu schämen dass wir Christen sind dort ist ein tegen wir sind nicht sein nur wir kommen von Wiet hin her an es ist peitres Zeit vielleicht schämen wir uns manchmal wenn jemand uns sitzt mit einer Bibel in Hand oder wenn wir uns im Restaurant näge zum beten vorm eten was die menschen religiöse versägt wie manchmal blitz Christen zu sagen Sprecher sagt zu Städten Kapitel 21 Versch 25 Menschen Vorricht haben bringt eine Schlange wer sich ab den Haaren verlaten wird sicher sein so das wichtig dass wir uns nicht schämen manche Vorricht schämen nicht wenn wir beständig besorgt sind andere Menschen über uns denken dann haben wir Trübeln ans Leben und ich weiß ob wir den Trübeln wir sind sehr besorgt für andere über uns denken we wissen und ich nicht was du über mir denkst und das ist nichts was ich über dich denke den wählen auf Gott an sie frühe wählen wo ich über die denkt da mache ich mir am hei und sehen vor dass seine heilige engel kommen wird keiner von uns wählt dass Jesus sich mit uns beschämt nicht weil in Gott seine army sind keine secret agents das darf nicht klose christe oder so wenn es nicht wie man nicht ans closet ritt kommen wie kann nicht im closet bleiben zu mit Christ sein wenn die viel muss haben wie aus Christ von alle Dinge reden bloß nicht von Christus und das schafft nicht aber längst ist dort das bringt uns weg von dieser Beziehung mit Jesus und der vierer Punkt oder vier Trübel was wir haben was ans Weg bringt das ist gemütlichkeit comfort ich mag komfortabel sein ich will glauben was komfortabel ist weil ich einfach gemütlich nehmen kann und glauben was an meinen Zeit nah passen mein Zeit plan nah passen und mein plan was ich habe meine Arbeit zu do da muss das gemütlich was geht was weiter ist passiert als Jesus von Wied auf in Aron ging wenn er gemütlich hat über Petrus kein Wied in Aron ganz bei dem höhen Priester sein hoff und er sagt sich märte deiner taub am vier und wohn sich nicht Jesus sind deiner das wäre nicht Jesus sind deiner was die vier gemerkt hat das wäre die höhe Priester schere deiner das wäre was Jesus schlone wurde Lothar Jesus war verurdeilt Petrus sat mit Jesus in a fien taub an vier in warm sich kann sein was hier passiert er sat mit dem man taub was Jesus schlone wurde was Jesus veracht und verspart wurde und er war sich krank und das vier wird die däun was sei wie von der ich will leben joy ich will die menschen alle mit le alle ich will in grob sein und was von grob ich will Jesus folgen wenn mir das komfortabel ist wenn ich dann will ich nicht und was von vier war am eigentlich von der und was von vier war am stud von der oder was sind die andere was am vier saate oder von wort wird er rät keck Jesus frendlich oder keck der trüe was he Päitris da sind vier saaten wo Päitris haben verledet sagt ein von dem Evangelium sagt und Jesus check dann trüe dich an wenn wir uns waren an das campfire von dieser welt warmen dann wollen wir uns verbrennen wir sagen wir wir sind in wort von Kron sind wir wort von bonfire do we join wir stehen von der kregen der vor Päitris sagt wir stehen hier vor und die fiend von Christus sind vier uns zu wormen gläufe dort es wird gläufe nicht dass es er hans ist dort das ab fehlrechnung hans ist dort eine graute die vor wo ich bin du und du bin das dort ist wie versägt Gott in der rechten beides zu dein Jesus sagt das schafft nicht ich sage nicht dass die nicht kann recht sein sage nicht dass Gott nicht wird sehen mit ein groter recht aber du kannst nicht das recht in Gott beides dein das kann wir nicht und wir haben viel recht an jahres manche hier am compare was das ewig part von der wald ist ja ich weiß das noch recht aber ich habe viel mehr was oma sind so wir sagen nicht beides dein was meint dort wird mir welcher das dreck tun oder ich habe oder Gott jemand sagt mal zu mir wenn du was weit ist es deine Dinge was du hast ist dort den oft Gott ist dort wo ich fuß sein wenn sie die wo ein von den best den fuß stehlen wenn sie die die nie in pack up fuß stehlen wo die dann reakt was dort wird wiese wem deins du got oder dreck tun ich sage nicht das ist so schafft aber das ist einfach nein hier vor wo wir bernstunden das gebet vernachlässigen ab hier mit wirklich beten ab hier mit jesl die gemeinschaft haben versammlung und bieten gohne dort bringt es bloß dass wir wieder aufkommen von Gott und was passiert wann wir wieder aufkommen wir wollen nicht bloß weich kommen wir sagen uns kommen trägen und warm nicht was das hat mit so einem Menschen sind die dann verloren diese Botschaft haft auch mit genut war zu tun die Bibel lehrt von Verbet im Nehen Testament wenn wir an das Lecknis denken von dem verlorenen Sehen was Jesus vertale hat dass die Futter Gott repräsentieren das Gott und die sehen was passiert wer lüht den Sehen die Futter das sagt nichts dass die Futter nicht zwischen Ansehen dessen wo ich von meinem Will drauf schrieben das fängt wir nicht er lüht wenn er lebt in dieser Hoop nicht in Verträge kommen ja das Sehen da jängt alle Händel zum Schwimm das durch wenn die Entscheidung mögen was hätte entschieden aber er kommt in der Tre und die Futter sieht mein Sehen ist Tre gekommen er sieht nicht das wird mein Sehen nicht wo wir den ober an stahlen sonst seht er nicht wo dann verteilt Jesus das Lecknis Paul sagt in Reimer 8 verscheint dann ist nichts mehr zu verdammen an dich der in Christus Jesus ist nicht zu leben als das Fleisch verlangt oder es ist das verlangt weil diese Verhältnis ist nicht für alle Menschen das bloß für dich wird Jesus an genommen aus ihrem Heiland bloß wenn du Jesus in dein lebe hast dann ist nicht zu verdammen wie verlieren wir haben die erste leisung wann die trägt voller down ja wann wie Gott oft sei dann ja und im ersten Fall sei wenn ich Gott offen wie trägt voller down wie kommen wo wir in den an wo wir im Schwinn maß raum gehen aber wir sagen hey das schafft nicht mehr eigentlich trägt kommen zusammen gut nach dem trägt kommen wann wir unsere leisung jeder würde verlieren wann wir sind die wo wir unsere leisung verlieren stelle die fährt du hast dein ganzes Leben für Jesus gelebt in 5 Minuten fährt du stoff dann hast einen Fehler gemerkt den war ewig verloren dann wirst die Angst leben nicht erlebst du von der Angst wann du das dann du das werk johannes erst johannes den ganzen breit reich lesen fünf kapitel erst johannes das extra geschrieben dem das angst und zurück treten jeder dacht das werk man fehlt zwei mal das angst konnte ich in die wohnen wenn Gott ihn kennt was irgendwann die lang nicht voll kommen was der angst kann ich die t sagen johannes vier vers drei t das ist ein von der letzte vers wo ich in grüße von red das sagt der schrie weg und das ganze breit schrie weg und die und gott sie sehend leuven dort die weiten dort die dort eu gelebe haben nicht dort die twibble vielleicht hat das nicht ich sage dort die weiten dort das erste johannesbreif geschrieben dort die weiten kann ich habe wieder eine arme sind ich muss wieder sagen was wir noch do of can fängt wenn wir nicht geracht geworden wird geracht geworden da wird wir jedes Mal verloren sein wenn wir abhören mit gott word gedau wie wurde nicht gott word gedau geracht wie wurde an Jesus Christus geracht wenn wir sind ihr dann sind auf hall ja aber nicht verdammt nicht wenn wir gott in kenya sind wenn die worden sind ihr schmiert gott uns nicht weich wenn wir sind gedau wir waren nur 5 uhr socken und die haben alle mit den zu tun wenn gott seine leib ist bedingungslos gott sag ich nicht erklär ich die wahn nur sag ich blöss erklär die punkt sag ich nicht wenn du warst perfekt sein wenn du warst dort und wenn du warst dort dann nur sag ich bloß erklär die wie sind gott auf uns gemerkt und wie die sind was gott seine genut empfangen kann wir sind empfänger von gott seine gnade klage leader 3 vers 22 und 23 sagt und dort ist das dem harn sin leif ist truhörtig du hast kein ein von wo janz dich ist so als jeder morin von nien dort ist großartig wo einer sich ab die verloten kann das ist im ollen testament und das ist alles ihr Gott wird wie von der auch hat das zweite ding meine Erlösung ist nicht aufhängig von was ich leiste kann in meinem Leben paul sagt der reimer kapitel nähen versast hier dort hängt nicht von ein mensch sin wellen auf oder wo sei er sich anstrengt ob von gott sin not dort hat nicht mehr zu tun wo sei er ich will oder wo sei er mich anstrengt aber von gott sin not hängt das alle auf wird die einzige hoffnung im himmel zu kommen das ist bloß einfach we können uns nicht verdienen mit fern reden oder was immer wenn wir nicht in die genut gottes geraten sind dann sind wir überhaupt nicht geraten wenn wir sind niemals gut genug dass Gott uns annehmen wenn dort bloß und Christus scherven geraten titus 3 verspief sagt dort wir nicht dort die rechtlich keits worten abzuwiesen haben dort wir ut seen in et med lieden wir worden dadurch nie geboren dat hy ans was und den helden ges nie lewe juif dat weit wie goud aber manchmal wonder wie da hat noch koude woordje woord het utredje not woord nicht die koude woordje woord nicht utredje hab kein waard das bloß genoord nein denk wo wen gott uns nicht waard schmet wenn jesus haft die strufe betult jesus nahm die strufe ab seg mine und diene 2000 jahre starf jesus am kreiz und he nehm alle strufe ab seg he betult alle sender und die bibel sagt die strufe des sender is doubt und das was jesus passiert und war doubt gemerkt doubt gequält und die welt wusste nicht die wusste nicht was sie wusste nicht dass hier eine große toll gemerkt was was da jesus hat ihr alle betult he sagt im kreiz das ist vorig it is finished paid and full keine sender ist stuhlen geblieben got wenn du es dort ist dann denkt es ein menschen wenn jesus alles betult hat was ich habe dann konnte ich nicht kreiz leben das ist mein fleisch well nicht meine sender sind betult so warum will ich das nicht nutzen mein fleisch well dort und ich kann stehlen ich lehen ich hören ich kann alles denkst du noch mal es dort kein abreicher nur fall der jesus christ die wird es dort denken kein wahrer gläubiger wird es dort angehen mit gott seine genoten nicht wenn wir seine genoten verstehen kann dort wird seine genoten verdrehen die brücke ab sondern wer ist dort genot wenn wir die verstehen dort merkt das reich die genot ist nicht eine leisense zum send mir ist verjahre wenn ich wieder sind jesus mir das jank hat das schafft nichts dort das maßbrück von die genoten wenn wir die genoten wirklich verstehen dann sagen wir gott ich sie so dankbar wir sagen gott hast du wirklich das von mir alles betont und die regnung ganz ab null gebraucht ja sag gott das kreik wird die don haben wenn wir dort reichen dann sei wir so dankbar dann war wir uns ganze lebe lang gott wo wir nicht fehler merken wir leben in dieser welt aber dann wo wir nicht mit wehrlich in sin leben in das verset die jesus betont hat dann war wir das don was gott ihn wehrlässt so wenn gott uns nicht verdammt und nicht bestraft wird wir uns disziplinieren wird disziplinieren disziplin schafft ein bit anders strof strof das verjelten das trägt tolle das was in vergangen hat passiert dolle strof ablei disziplin das korrigieren das ütbet für die togkunft strof kommt mit eu disziplin kommt mit leid strof ist zu sagen das was du kriegst für was du tun hast und disziplin sagt ich weil die tränen dem ab den reichen wagen abkommen für die togkunft so die bibel lehrt uns wenn wir ständig sind und nicht diszipliniert wird dann meint das ganz gewinnlich wir hören nicht der gatsch in familie wenn uns nicht diszipliniert wird wenn wir sind dann hört wir nicht zu gatsch in familie dann fehlt noch nur jesus zu kommen wir nicht andere lids können disziplinieren da das ist nicht unsere family da bleiben böter und wie du gatsch in familie hier dann wollen wir disziplinierung erfahren in uns leben so ein wo wir weiter können dass wir in christ sind wir kommen nicht weg mit wohnen wir sind da kommen wir nicht bloß groß mit wohnen dort kommt folge ab strof disziplin kriegt das verlorene sind strof ist in hübsch no da kriegt nicht strof die bibel sagen erst johannes 2 vers 2 en fahr saß christ das hat mit sin da und sind bet und nicht mal ans auch von alle menschen auf der welt dann geht er wieder im phars sagt er wer bekannt in christ ist so und we wieder nicht also Gott schmettert uns nicht weich wenn wir sind jesus hat die strufe ab sich genommen noch ein ding wenn Gott uns nicht weich schmettert jesus kann uns verstohlen unsere menschliche schwach hätte jesus es sympathisch sei wenn dort matt feilend ein andere wird er versteht er geht matt er geht in unsere schau kauf sei er kennt wo wir schwach sind er kann unsere Anfall kommen hätten die psalm miss sagt er kennt die stoff sind er weiß was ans fleisch jankert und er wei wei wired sind und wei den ja jene sind zu däunen und däunen und und so wieder wo ein denkt wird wir immer weiter und Gott wird mich fortschmiete dann wird wir immer denken Gott ist jüdlich wie fängt die Bibel Gott und jüd Gottes wird never jüdlich hebräer feier verschaft sagt wir haben nicht einen Priester den ich mit unsere Schwagheiten mitfeilen kann über einen der in alles krank zu versagt worden ist wie sind über ohne zu singen so jesus weiß was meint jesus versteht hat he weiß was er meint versagt zu wollen und du schmetter uns nicht weich nein die Ursache wenn Gott uns nicht weich schmetter hat wenn Gott als nicht so Gott wird auf hoß teile das um oja oder am graal und hier weich die Farge wird Adrian ans lesen da ich noch einmal plott ich lesen psalm 103 versagt 8 3 10 die ha es voll genut in mat leid geduldig und truh leift to leid weich dit zum olle testament und das kreik die Gott wird wie von der noch ha he wot nicht am schalen und nicht ewig ewig blieven he handelt mit uns nicht do no os an se sinde verdient haben und struft uns nicht do no os wie arreche do no haben weils so höch ist der himmel bova die er ist so graut dass Gott seine tröte leid verdau die am färchten färcht ich Gott guich wenn ich noch mal sind getau all die meint leid del wenn wir wundere what word geben so wie das osten vom wahrsten ist nehmt er unsere Sinden von uns weich und dort verstehe wie nicht wie manche haben diese fähigkeit zu tun wenn jemand auf arreche tun dort verstehe wenig vom aus debatten was die 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 sind wie Gott schafft das so sind die leid mit die die am färchten was meint das färchten das meint einfach wie Gott respektieren gebt an wie hier zu seinen familien wie stehlen zu ab waren wie seine familie hier dort ist der Vorteil von den gläubigen sein Gott hält nicht in euer jen die wo er macht das so wenn Jesus die Struf und die Schuld ab sich genommen wenn du von der best von Gott weich und du weißt die wunderschwur wo du nicht selbst wundere und du falls die weht auf von Gott dann zieht Jeremia 3 Vers 22 er sagt kommt trägt die angehorsame kenja er sagt nicht du go stammel die schrie weg von min will rauf er sagt kommt trägt die angehorsame kenja ich wo junt heulen von jenen angehorsamen wach wir wollen angehorsam sein ans fleisch wollen angehorsam sein Gott sagt ich will junt heulen von den tröbeln die sein wie kommen trägt willst du best die Haare der ans Gott ist wenn wir mit von Gott gewand hat sind also trotzdem muss ein Schritt trägt ist das nicht galt reimer zweifelsfeier sagt oder veracht du dort dort Gott so schaunend und geduldig mit die am geht do wir das verachten he sagt weißt du nicht dort dort in so leif tull ich tull die es dort die am kieren saßt he lüten sass in stahler ist dort wie war trägt kommen also was macht wir dann wenn wir gesend ich habe kam trägt trägt nur jesus so einfach und dann seht die hat to me wenn du trägt me kamst wo ich die trägt nehme und du saßt in deiner sein wenn die war im karte war er wohl nach diesem monat war der üblich wer war deine keine kenne in kohlen dort das eine war ich da kauf noch viel mehr weh von deiner aber wenn du fällst ich nicht fähig von deiner dann sage ich wenn du trägt mit bekommst wo ich die trägt nehmen und du saß in deiner sein bloß ein Schritt bloß schreit von genut es gott sind genut nicht wundervoll messen dann wofel schreit die wach gegene sind das ein schreit trägt noch eine große verheit in jedermia 1 versagt und sagt kommst du mal taub sagst da und wollen wir dort reden wollen mal ein meeting haben ich sagst ich mal was verstanden er sagt und wenn die sind dunkelrot sind können die schnee wird worden und wenn sie aus dunkelrot sind können die wird aus wahl worden das wird das einschreit trägt nicht mess to go das kann wahr hat sein was in der bibel und wie leid das und trägt noch peitres sind ihr schicht hat ein happy ending jesus sagt peitres ich habe dir gebet aber ich habe die gebet dass du deinen glauben nicht verlieren musst und dann sagt er wann du streit kannst trägt du mit gekommen bist dann steigt meine breite ich will die trägt nehmen und du musst mich in deiner sein so von dem ist die bibel anzuliert jesus ist der reichte hund gottes und ich bet für mich und wie wo er sein wo nicht soll sein jesus check nur den dach und die vorträg kommen und jesus abstand aus der sind dach und dann sagt er die frühe he 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 gott und sagt die jena in peitris direkt abgestohen sie wenn wir peitris nicht in jena weite jesus hat für peitris gebeten he weiss kreik wo peitris wir die wir in jem ganz ist rettol in peitris wird eine extra an luring bräcke dit man und sie soll die jena hat sei in peitris als jesus da der scheine fershmultid gemerkt hat und sei den tidigst morgens ist die jene nacht die wir ferscht hatte und peitris hat einmal antwort hier ist jesus dann schwammt er nur kant er eigentlich an kant als peitris stod bei jesus sie hatte eine kleine meeting so da wird die tverschen tid von der tre und trage stahl da tverschen da wird peitris verloren ich glaube nicht aber jesus sagt check mal peitris ich weiß nicht wo du antwort war aber leist du mich na sag ja peitris jesus und falls ich das nicht haben so man fragt jesus haben das dreimal 19 vor und dann sage jesus okay dann lass meine schub heute wenn du trägst dann so hast die breiter dein man wie oft gewandert sind wie träg kommen sehr wie wahrlich die deine weiteres könnte dreimal bestätigen und jesus hat den vier geschmert die psalm ist die psalm 51 vers 14 die gebt mir einen Geist, der dir gehorchen will. Wir bitten nicht, gebt mir meine Erwartung zu tragen. Er sagt, gebt mir den Fried und deine Erwartung zu tragen. Und gebt mir deinen Geist, der hat wohl gehorsam sein. Der Psalm hat nicht seine Erwartung verloren, aber er hat die Fried und die Erwartung verloren. Meine Frau sagt bloß, hast du die Fried und die Erwartung verloren? Nein, stopp ein, stopp, träg. Komm, träg nur Jesus. Stopp nicht, bis träg drei die Arme und nimm den Schreit, träg nur Jesus. Ich hoffe, ich werde euch verschmeten. Ich lüte, ich will die Gemeinschaft haben mit dir. Ich will mit dir, dass sie kleine Mädchen haben, die mit Päutern haben. Wir haben dafür verdanken. Vorher haben wir, ich danke dir, dass die Sankara vorab ist. Ich danke dir, dass du dir nicht kennengelernt hast. Und ich danke dir, dass du dir nicht kennengelernt hast. Und ich freue dich, dass du uns vorerst die Kraft und die Maut in deinen Geist gebt, dass wir das Verstehen und begreifen können und dass wir in dieser Frieden mit dir leben können. Geht rein auf uns, in Jesus' Namen. Amen. Amen. Vielen Dank.